So, jetzt ist die beste Uhrzeit, um einzuknacken. Die sitzt da ja jetzt ganz alleine im Wohnzimmer irgendwo. Ich frag mich dann halt, wie wir dann rauskommen. Wir müssen mal vielleicht irgendwo einen Ersatzschlüssel oder was auch immer da drinnen ist irgendwo finden. Ich könnte einfach mal, ich weiß nicht, ob das verdächtig ist, wenn ich da vor der Tür parke. Hier geht man halt rein. Was? Die Polizei wurde gerufen? Versteckt? Was? Warum? Nur, weil ich einen schwarzen, kleinen Bodo fahre? Okay, das hab ich noch nie gehabt. Dass jemand den Bullen gerufen hat, nur weil ich leicht auf dem Grundstück gefahren bin. Weil ich in die Einfahrt gefahren bin, vielleicht würde ich auch wenden. Was? Was? Mann, Alter, der Plan verkackt immer mehr und mehr. Ich save jetzt nochmal bis 19 Uhr. Das wird mir langsam wirklich so dumm. Der Winnie, der wird wahnsinnig, wenn ich das in dich bringe. Der wartet schon drei Nächte oder sowas. Vier Nächte schon. Gut, ich brauche das Werkzeug auch. Aber Junge, das ist halt wirklich wieder mal einfach nur typisch. Immerhin wird man nicht gesucht da dort. Die haben mich nicht mal gesehen. Was war daran jetzt verboten oder illegal? Da müsste man ja jeden anzeigen, wenn jemand sich kurz mal in der Einfahrt kurz in dreht. Weil ich wollte eigentlich den Move machen, dass wir einfach dort einparken und dann dort ein bisschen warten. Warte, Abram? Abram Lincoln. Die sitzen beide so richtig komisch weit entfernt. Das ist auch egal. Er geht jetzt gleich. Das ist mir so knapp. Ich weiß nicht, wo mal das der vorne dann passiert ist. Warte jetzt kurz mal. Der steckt das gleich auf und haut ab. Sie setzt sich jetzt darüber wieder. Er geht. Nicht zu Hause. Ab jetzt. Okay, da geht es hier nicht hier vorne vorbei. Tür ist woanders. Okay, jetzt dann das erste Mal. Wat? Dokument. Kamera bei 101 markieren. Okay. Das ist es gegenüber das Haus. Wenn ich mich recht entsinne. Jetzt gibt es heftig, also manche Einbrecher machen das richtig heftig. Die sind dann manchmal so vielleicht 10 Stunden oder sowas bei denen im Haus versteckt irgendwo. Und warten und warten und warten und schreiben sich die Routinen auf, was der Bewohner dann noch macht. Und das ist halt wirklich krank. Tablet. Sie ist jetzt weiß. macht auf ja ich weiß nicht ob wir da irgendwas smagak damals die haben locker viel zu bieten eine aufgabe sonst immer jetzt hier nicht mehr alles licht und manche auch naja ich könnte man nicht auch machen aber das ist eine gute idee ich müsste mal schauen wo ich einen ersatzschlüssel herbekommen gamepad braun jetzt dass man schlüssel mit auch wieder rauskommen kameras sowieso was haben dem haus nicht warum liegt hier netter zu tun würden sich einen schönen abend noch mal vergibt das 90 hinter den gamepad ok der fette flat screen wir haben damit wir haben damit schon erfahrungen gemacht hier so müssen dass er so kohle technisch bietet jetzt bin ich nur gespannt wie man das hier aufbekommt sondern schlüssel wenn ich ein schlüssel wäre wo wurde es noch ein schlüssel aber das ist extrem okay aber wir können hier schon mal die tür öffnen wir haben einfach den schlüssel zu einem haus einfach von irgendjemand fremden smartphone ist auch gesperrt musste auch dass man die wieder kommen noch ein smartphone mit junge so viele leute wohnen doch hier gar nicht mal wieso brauchen wir so verdient dies selbst wenn das diensten ist werden die müssten jedoch mitnehmen auf die arbeit ich bin da voll da kann ich nichts mehr mitnehmen wo ist der fernseher jetzt hebt den auf und ziehe ab also gemälde sowas habe ich jetzt nicht gefunden irgendwie aber wir haben den fernseher wir haben richtig viel equipment von denen so was will der winnie noch dass wir hier eine kamera markieren da vorne die hat echt eine überwachungskamera hier im garten ich habe jetzt aber kein platz mehr was ich soll jetzt ich soll jetzt hacking warte mal das müssen wir aber hacking lernen oder was ist das hier entfernen sicherheits ich mache ja nächstes mal von geräten also für das g-punkt habe ich auch gar nicht wenn es überhaupt das hacking ist ist wahrscheinlich oder ja das ist für hacken na komm jetzt waren wir einfach weg nach hause weil wir haben keinen platz mehr wir haben für nichts platz hätte ich das gewusst dann hätten wir doch jetzt könnte man weil das werden wir brauchen weil wir müssen jetzt an die ganzen geräte die man gestohlen haben entsperren ich schaue trotzdem mal auf blackbay was die so bieten für ein headset ok hacking werkzeug ich fokussiert das schon wieder ja da sind wir ja noch lange unterwegs eine mikrokamera können wir uns kaufen toll also wenn wir ohne werkzeug nicht weit kommen weil wir können es das bin typen wahrscheinlich auch nicht verkaufen weil das ja gesperrt ist und sowas ja richie r street scheiße scheiße jetzt kommen wir langsam in die gebiete weil das ist ganz dieses eine reichen viertel willkommen fernseher fernseher kann man mal verkaufen löschen dann gehen wir weiter das müssen wir auseinander bauen das kriege ich hin dann müssen wir nochmal herkommen das müssen wir auseinander nehmen und das müssen wir alles aushecken ok doch das wird sich dann ausgehen 4 7 haben wir jetzt dann wenn wir das ding auch noch umbauen also die teile heraus arbeiten dann kriegen wir das locker hin jetzt ist ein juwelierwerkzeug aussehen ok so ok das wars dann auch schon ich frage mich ja wie ich da bei 101 reinkommen soll warte mal ich gebe dir mal das ich komme dann bald mal wieder ich muss zuhause jetzt müssen wir hacken jetzt brauchen wir das hacking werkzeug und dann kann man das hacken dann kann man es auch verkaufen wir gehen weg zurück die mikrokamera die brauchen wir noch nicht fernglas und so wir kommen hier langsam echt voran richtig krass hackenwerkzeug so fangen wir einfach mit dem an das hier so das wird hier nichts da müssen wir irgendwie andersrum gehen es ist wahrscheinlich hunderte wege wie man das machen kann nur ich finde gerade nicht den richtigen ok kann ich das vielleicht bietet jetzt wer was an ich meine hier kann man noch was leute ein fenster für nur bei der 101 einschlagen der teller kaputt machen ein gemälde oder zu stehen stehen und zerstören alter ich kaufe dazu sogar die dinge die infos die kameras kommen mit den hauptschotter ausgeschaltet werden einer der bewohner hat eine waffe es gibt interessant mit einer menge schmuck was da hat einer der waffe ich mein ja der wetter verschießen ich verkaufe jetzt mal die ganzen tablets und das ganze scheißzeug mit den typen und da müssen wir gucken dass man das tablet einfach mal rausschleichen da willkommen ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt jetzt ich mache das ideefolge noch fertig und dann ist er war verabend für mich schon 12 uhr jetzt ja das ich muss jetzt mal gucken wie die routine das war routine konnte man es keine kaufen unbekannt stilles tablet ein gemälde guck dir mal an was da alles ist es ist 3 uhr nachts ich glaube damit locker wieder heim sein oder schlafen das ist also der kasten von hauptscholter so der zahlen haben wir ok time limit unbekannt schonmal kleiner crashes so also so Okay. Jetzt muss ich das nochmal rein. 38 war das. Ich höre niemanden. Das ist genau hier, also nur das Fenster, okay. Ich bin eh schon voll, ich muss eh damit abbauen. Die Kamera ist nach Hause, okay, das ist gut, aber ich bin weg. Wir haben das Tablet. Nach Hause. Das war jetzt schnell, aber wir wollten nur das Tablet. Perfekt. Wen die Sache an. Da habe ich. Ich habe zwei Smartphones, okay. Also einmal das Tablet und das Smartphone. Okay. Sehr gut. Gut. Ich komme mit dir in keinem Zeitpunkt. Jetzt, sende mir das Tablet auf Black Bay. Okay, da gibt es ja hunderte Wege, wahrscheinlich das ganze zu helfen. So! Black Bay. Tablet Loren, 600 gibt er immer dafür. Den Rest haben wir nicht. Hier gibt es nichts. Der gibt es auf die andere Straße noch nicht. Winnie. Alter. Wir müssen Autodiebstahl lernen. Wo ist das? Das hier. Gelernt. Noch. Auto kurz schließen. Okay, das muss ich sonst später mal nachgucken, wie man das machen muss. Ich stehe an Bord von 86 Classic bei 104. Genau. Ich gehe jetzt einfach irgendwo hin und frage mal, ob ich von denen das Auto haben kann. Ich level das auch jetzt mal auf hier selber ein bisschen. Wir haben hier immer so viele Skippunkte. Guck mal, bei Knack nochmal alles. Platztechnisch ist immer so knapp bei uns. Das brauchen wir eher gesagt weniger. Außer die fordern das von uns. Der 104. Die Jones. Okay, die ist selten in der Garage und aber genug Zeit, dass... Das sollte ja nicht kein Problem sein. Wir werden auch in der nächsten Session. Ein Auto-Clown. Welcome. Nice. Aber ich brauche die Werkzeuge dafür, ne? Ich brauche mal ein Werkzeug dafür, warte mal. Ja! Ja! So, ja. Es geht gleich. Ich muss Feiern machen gleich, weil es ist wieder... Es ist wieder... Ja, kein Bock. 8.000. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Folge hinkriegen. 5, 8 haben wir. Vielleicht müssen wir da erstmal was mitgehen lassen und das erzähle ich nur was. Naja. Wir haben einiges dazu bekommen innerhalb zwei Folgen. Also ich würde sagen... Das war's. Das war's für heute. Wir sind schon Level 15. Ich weiß gar nicht, wie viel Level braucht man hier überhaupt. 33. Um alle Skills zu haben. Also haben wir schon mal einiges. Ja. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, Alter. Und tschüss.